Und jetzt Maura Raffel von der Seebrücke. Ein Applaus! Danke. 1586. Was ist das für eine Zahl? Das ist die Anzahl der Menschen, die allein im Jahr 2018 im Mittelmoor gestorben sind. Über 12.700 sind es seit Beginn der Aufzeichnung durch die Internationale Organisation für Migration ab 2014. Das entspricht der Passagierzahl 5 riesiger Kreuzfahrtschiffe. Tod. Und die Dunkelziffer ist noch um einiges höher. Doch diese Menschen fahren nicht in den Badeurlaub. Entschuldigung. Alles gut, ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Sie fliehen aus ihren Heimatländern und lassen ihre Liebsten zurück. Sie treten eine lebensgefährliche Reise ins Ungewisse an. Aus Angst. Aus Angst davor, verfolgt oder umgebracht zu werden. Dafür, wer sie sind. Dafür, wen sie lieben. Und dafür, was sie glauben. Viel zu viele überleben die Flucht nicht. Und das Traurige ist, so viele Tode im Mittelmeer hätten verhindert werden können. In diesem Moment gibt es acht einsatzfähige Rettungsschiffe, privater Seenotrettungsorganisationen in den Häfen im Mittelmeerraum. Doch die meisten Schiffe sind festgesetzt. Die Behörden und Regierungen vor Ort hindern Organisationen wie Jugend rettet, Mission Lifeline, Sea-Watch und so viele weitere aktiv daran, Menschenleben zu retten. Fahren sie trotzdem Rettungsmissionen, wären sie auf dem Meer alleine gelassen. Dürfen mit hunderten geschwächten Geflüchteten an Bord in keinen sicheren Hafen einlaufen. Was muss das für ein Gefühl sein? Stellen sie sich vor, ihr Kind und ihr Partner ertrinkt. Sie haben ein Boot, sie haben Rettungswesten, sie haben sogar einen Arzt. Aber sie dürfen den Hafen nicht verlassen. Die Behörde sagt, sie fahren unter der falschen Flagge. Die Behörde sagt, ihr Boot sei nicht sicher, obwohl es vollständig seetüchtig ist. Sie stehen da auf der Hafenmauer und müssen zuschauen, wie ihre Liebsten einen grausamen Tod sterben. An dieser Stelle bitte ein Applaus für alle Rettungsorganisationen vor Ort. Ich bin von der Bewegung Seebrücke. Die Bewegung steht für Solidarität mit Geflüchteten und Seenotrettern im Mittelmeerraum. Seit Ende Juni konnte die Seebrücke bereits mehr als 100.000 Menschen in über 150 Städten in Deutschland und Europa auf die Straße bringen. Die Bewegung fordert sichere Fluchtwege und Häfen. Die Entkriminalisierung der Seenotrettung und Bewegungsfreiheit für alle. Egal wo sie herkommen und egal wo sie hinwollen. Das Thema heute ist Köln zeigt Haltung. Liebe Frau Reker, Sie haben mit Ihrem Brief an die Bundeskanzlerin ein starkes Zeichen für die Seenotrettung und die Aufnahme geretteter Menschen gesetzt. Danke für diese Unterstützung. Wir finden es toll, dass Sie Köln zum sicheren Hafen für in Not geratene Flüchtlinge machen wollen. Denn wie Sie ganz richtig gesagt haben, Köln wäre ohne Migration nicht denkbar. Doch auf dem Mittelmeer sterben immer noch Menschen. Die Rettungsschiffe der zivilen Seenotrettungsorganisationen werden immer noch festgehalten. Die ehrenamtlichen Retter werden weiter kriminalisiert. Deswegen müssen Sie Ihren Solidaritätsbekundungen nun konkrete Taten folgen lassen. Wir von der Seebrücke Köln fordern Sie darum auf, sich jetzt auf allen Ebenen für Seenotrettung und die Aufnahme geflüchteter Menschen einzusetzen. Die Kölnerinnen sind bereit und in der Lage, eine offene und solidarische Gesellschaft zu gestalten. So viele sind heute gekommen. Nun ist es an der Politik und an Ihnen, Frau Reker, die Senat umzusetzen. In einem offenen Brief an Sie haben wir unsere Forderungen vor kurzem noch einmal deutlich gemacht. Nutzen Sie alle Spielräume auf kommunaler Ebene, um geflüchtete Menschen aufzunehmen. Und eröffnen Sie ihnen Bleibeperspektiven in Köln. Machen Sie unsere Stadt gemeinsam mit den Kölnerinnen zu einem sicheren Hafen. Unterstützen Sie die zivile Seenotrettung und machen Sie deutlich, dass Seenotrettung nicht kriminalisiert werden darf. Setzen Sie sich auf allen Ebenen dafür ein, dass eine europäische Seenotrettung wieder aufgenommen wird. Und gewinnen Sie weitere Städte dafür, sich der Initiative von Köln, Düsseldorf und Bonn anzuschließen. Bringen Sie die Forderungen in den nordrhein-westfälischen Städtetag ein. Vertreten Sie weiterhin die in dem Brief formulierten Positionen mit aller Deutlichkeit auf allen Ebenen. Und treten Sie für einen Kurswechsel in der Asylpolitik ein. Gegen eine Politik der Abschartung. Und für ein offenes und solidarisches Europa. Frau Reker, zeigen Sie Haltung mit den Kölnerinnen für die Seenotrettung und die Aufnahme von Geflüchteten. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Menschen sterben zu lassen, ist das ein Verbrechen. Ja! Danke! Danke dir. Danke dir. Danke. Wie gut, wie gut, dass es junge Menschen wie Maurer gibt, die so engagiert mit Herz, mit Verstand, mit Entschlossenheit sich überwinden, hier hinstellen. Und obwohl es verdammt schwer ist, reden. Ein Riesenapplaus für Maurer und die Seenotretter. Und Maurer hat nicht alleine geweint hier vorne, doch ich mit einem dicken Kloß im Hals. Das geht nicht anders. Das geht um Menschen. Menschen leben und Menschen sterben. Wir haben viel in der Hand. Wir haben in diesem Block der starken Frauen in den zivilgesellschaftlichen Organisationen vor allen Dingen die starken Frauen. Und jetzt kommt noch eine starke Frau, und zwar Eichstätt. Frau Dörrn, wir haben classrooms. Und erst einmal, wir haben Ihnen viel in REPORM.